Was verursacht innere Knöchelschmerzen? Schmerzen im inneren Sprunggelenk können durch eine Vielzahl von Verletzungen und Erkrankungen ausgelöst werden. Gewöhnlich können solche Schmerzen mit einer Verstauchung oder einem Bandriss des Delta-Muskels zusammenhängen, sie können jedoch auch durch eine entzündete Sehne des Tibialis anterior im Schienbein, eine Haarknochenfraktur, eine Arthritis des Sprunggelenks oder seltener durch Fußwurzel verursacht werden Tunnelsyndrom. Die Schmerzen im inneren Knöchel können von leicht bis stark schwanken, wobei das Individuum solche Schmerzen durchmachen kann, die in der Lage sind, eine nahezu normale Funktion aufrecht zu erhalten oder das Gelenk überhaupt nicht belasten zu können. Überlastungsverletzungen durch Aktivitäten wie Laufen sind häufige Ursachen für Schmerzen im inneren Sprunggelenk. Eine Verstauchung der Bänder des inneren Knöchels ist eine Erkrankung, die innere Knöchelschmerzen verursacht. Aufgrund eines solchen abrotten Traumas wie eines gerollten Sprunggelenks sind innere Knöchelverstauchungen viel seltener als äußere Knöchelverstauchungen, die 85% aller Knöchelverstauchungen ausmachen, treten jedoch auf, wenn die Fußsohle nach außen abrollt. Bei einer inneren Knöchelverstauchung werden die Bänder, die den Schienbeinknochen im Schienbein mit dem Talusknochen im Fuß verbinden, über ihren normalen Bereich hinausgestreckt, manchmal bis zum Reißen. Diese Bänder werden aufgrund ihrer Dreiecksform kollektiv als Delta-Band bezeichnet und umfassen das vordere Tibiotala-Band, das Tibio-Calcaneal-Band, das hintere Tibiotala-Band und das Tibio-Nabicula-Band. Schmerzen, die aus einer Schädigung dieser Bänder resultieren, reichen von leicht bis schwer und werden typischerweise von Zärtlichkeit und Schwellung an der Verletzungsstelle begleitet. Eine andere Art von Verletzung, die zu Knöchelschmerzen führt, ist eine Schädigung der Sehne des Tibialis anterior Muskels. Die Sehne dieses Muskels kreuzt das Knöchelgelenk unmittelbar vor dem medialen Knöchel der Tibia, wobei der markante knöcherne Vorsprung am unteren Ende des Knochens entlang des inneren Knöchels sichtbar ist, und haftet an mehreren Tarsal- und Metatasalknochen am medialen Aspekt des Fußes. Zu den Arten der Schädigung dieser Sehne gehören eine Belastung, bei der die Sehne über ihren normalen Bereich hinausgedehnt wird, ein Bruch, bei dem die Sehne teilweise oder vollständig vom Knochen abgerissen wird, und eine Sehnenentzündung, bei der die Sehne entzündet und gereizt wird Zeit als Ergebnis einer sich wiederholenden Aktivität wie Joggen. Je nach Schwere der Verletzung können Schmerzen als mild oder extrem empfunden werden und können auch von Zärtlichkeit und Schwellung begleitet sein. Arthritis ist eine relativ häufige Form des inneren Knöchelschmerzes, die sich durch eine chronische und wiederkehrende Entzündung des Gelenks auch ohne Aktivität auszeichnet. Durch eine Degeneration der Gelenkstrukturen wie bei Arthrose oder einer Entzündung der Gelenkschleimhaut wie bei Rheumatoide Arthritis gekennzeichnet, ist Arthritis eine schmerzhafte Erkrankung, die sich durch Steifheit, Wärme und Schwellung des Gelenks auszeichnet. Arthritis-Schmerzen werden normalerweise mit einer Kombination aus entzündungshemmenden Medikamenten oder Injektionen, Eis und körperlicher Bewegung behandelt. Weniger häufig auftretende Ursachen für innere Knöchelschmerzen sind Knochenbrüche und Tarsaltunnelsyndrom. Da Tibia und Tannus, die Knochen des medialen Knöchelgelenks, tragende Knochen sind, können sich im Laufe der Zeit Haaresfrakturen aus wiederholter Belastung entwickeln und nur geringe Schmerzen verursachen. Frakturen, die aus einem abrupten Trauma resultieren, würden von starken Schmerzen, Schwellungen und der Unfähigkeit, das Gelenk zu bewegen oder zu belasten, begleitet. Tarsaltunnelsyndrom kann manchmal auch zu inneren Knöchelschmerzen führen. Dies ist ein Zustand, in dem der Tibianerv, der hinter dem medialen Knöchel der Tibia verläuft, eingeschlossen und entzündet wird, was normalerweise zu Schmerzen und Kribbeln im Fuß führt, obwohl eine starke Beeinflussung des Nervs als medialer Knöchelschmerz empfunden werden kann.